jo Leute was geht ab und herzlich willkommen zu einem Video von mir ja eins war weg Leute der nächste Stream wird wahrscheinlich erst ab Donnerstag oder Freitag kommen auf Instagram in den Instagram Stories gebe ich das bekannt war nicht dann wirklich dann genauer Stream Bad aber höchstens frühestens ab Donnerstag dass ihr das auf jeden Fall mal Bescheid wisst zum nächsten immer was ich auf jeden Fall kurz anschneiden will ist die Abo Nuklear Serie viele von euch haben das auf Twitch verfolgt ich hatte ja auch einige Zuschauer einige neue Zuschauer auch die was den Nuklear haben wollten viele Leute haben mich auf Instagram angeschrieben wie gehe ich unglaublich viele das waren locker 30 40 Leute insgesamt ich werde die Abo Nuklear Serie erstmal wahrscheinlich beenden und werde sie erstmal stilllegen aber sie kommt wieder natürlich wenn ein guter Modus draußen ist wahrscheinlich wieder wenn Capture the Flag Modus draußen ist oder vielleicht wenn ich einfach Bock habe ich werde da wieder wieder ein Video dazu machen und dann werde ich da reinschreiben Abo Nuklear Serie geht weiter oder neue Infos oder so und aber wie gesagt erstmal werde ich die Abo Nuklear Serie stilllegen es haben auch einige Zuschauer dann irgendwie getrollt und haben es lustig gefunden dauerhaft den Leuten dann irgendwie Nachrichten zu senden und ich habe dann nicht zocken können vernünftig weil die Minimap da nicht zu sehen war ich bin drauf einfach nicht drauf eingegangen und bin dann einfach auf mein Account online gegangen habe da weitergezockt weil wie gesagt ich muss für euch nicht die Nuke spielen wenn halt die eigenen Zuschauer ihre eigene Serie zerstören dann interessiert es mich eher weniger weil natürlich das sind jetzt nur zwei Leute von 50 Leuten die in den Nuke haben wollen oder vielleicht von 100 Leuten die die Serie gut gefallen aber wie gesagt wenn es da wirklich Leute gibt die das die das sowas zerstören und ich habe jetzt auch keinen Bock mit jedem Account da die Nachrichten auf Stumm zu schalten dann ist es so und dann ist jetzt erst einmal die Abo Nuklear generell stillgelegt weil ich jetzt auch keine Lust habe noch weitere Abo Nukes zu machen und zum nächsten Thema auf jeden Fall danke für euren YouTube und Twitch Support wirklich da ist unglaublich krass ich kann nicht so viel streamen gerade zurzeit ich habe viel zu tun aber trotzdem supportet mich sehr hart das motiviert mich natürlich extrem und auch wenn ich sehe die Videos gefallen euch ja das motiviert dich auch extrem wenn du gerade dieses Video hier siehst das Video anschaust das motiviert mich ultra wirklich und danke auf jeden Fall für euren Support ja wenn euch das aufgefallen ist außerdem mache ich mit den wenigsten Videos hier überhaupt ja man ich sage ich mal weil alle Videos oder halt die meisten Videos 80% der Videos sind aus dem Livestream mit einer Copyright sagen wir mal Musik okay das heißt ich verdiene da null Geld dran zum Beispiel dieses Video hier das habe ich selbst aufgenommen da verdiene ich schon Geld aber den ganzen anderen Videos ist alles Copyright geclaimt und da verdiene ich keinen Sender bei deswegen wird mich über drüben freuen wenn ihr natürlich hier Reflex könnt ihr hier irgendwo beim Handy auch Mitglied werden das würde mich sehr unterstützen könnt ihr das Mitglied mir scheißegal das um einen Euro wird mich schon ultra unterstützen wirklich ansonsten ja natürlich wenn ich auch Geld auf Geld aus wäre so würde ich das formulieren dann könnte ich zum Beispiel die ganzen Videos hier einfach stumm schalten mit der Musik drüber hauen und dann könnte ich genau Werbung schalten und dann würde ich damit Geld verdienen mache ich aber nicht weil das Gameplay dann scheiße klingt ihr habt keinen Sound von mir ihr habt keinen Sound vom Gameplay das hört sich absolut scheiße an ich habe es mal kurz hier probiert bei meiner ich glaube bei meiner ja genau bei meiner höchsten Ganzen habe ich es gemacht und hier bei der Saugnuklear glaube ich oder irgendwie sowas war das ähm hat sich nicht gut angehört habe ich auch Feedback bekommen von euch und so weiter deswegen werde ich sein lassen aber wie gesagt ähm gönnt mir auch ein bisschen zurück da dass wenn ich das nicht mache wenn ihr Bock habt dann könnt ihr das Mitglied um ein Euro machen wird mir natürlich übertrieben freuen natürlich sehr unterstützen ja Leute ich glaube das war's soweit hier ist nochmal mein Twitch-Kanal im Hintergrund geht in die Videobeschreibung da findet ihr den Link auch dazu oder hier ist jetzt Reflex unterstrich heiße ich hier einfach wie gesagt Donnerstag Freitag werde ich wahrscheinlich wieder stream Samstag so ähm frühestens Donnerstag danke wie gesagt für euren Support ähm im Video weil viele Leute immer fragen wie spiele ich die Kordet Leute ich habe die Kordet-Klasse euch tausendmal gezeigt ähm ich spiele sie mit Doppelfallmeitel Magazinerweiterung Schnellfeuer nochmal für die Leute die was es nicht wissen auf jeden Fall das ist eine richtig geile Runde ich habe fast ganze zehn Minuten Gameplay wirklich Leute ihr habt fast ganze zehn Minuten Gameplay ich habe wieder fast nichts schneiden müssen weil einfach überall immer Action passiert also auf jeden Fall wirklich sehr ansehlich wieder wie gesagt ist ein Triple Nuklears Versuch ich werde im Laufe dieses Videos hier oben immer meine Triple Nuklears was ich geschafft habe euch verlinken könnt ihr euch gerne anschauen dann ähm und da würde ich sagen ja lasst ein Like und ein Abo da und wir sehen uns dann ähm ja heute vielleicht im Stream schaut auf Instagram vorbei da gebe ich das Bescheid und da würde ich sagen let's go Weil vom Ding her haben wir eine gute Lobby Also Torbin ist gut, Abby ist gut, Leifo ist gut und Tomate mit denen habe ich jetzt nicht so oft gespielt aber ich glaube jetzt auch nicht so schlecht Bis jetzt so Bis jetzt so Bei denen habe ich ja WG nur in der Fliege spielt Was denken sich die Leute so hä und der wird auch nie wieder entsperrt werden was denken sich die Leute Boah nice, du bist in meiner Runde hast mich getötet Nice, du bist nur auf mich rauf gegangen Danke dir, Kuss Ehrenwann, Digga Entschuldig Nein, du wirst gebannt, Digga und du wirst nie wieder entfahren Okay, ich glaube nächstes ohne darf einer mitspielen, Abby Ja, ne, Digga, der nimmt einen Geh mal weg da jetzt von der, dass ich den dann wieder einnehmen Wer ist das? Da darf nicht so einer mitspielen aber ich glaube ich werde einen einladen, der was auf jeden Fall nicht so gut ist Also jetzt brauche ich nicht so einen Venom im Team oder irgendwie so einen krassen oder sowas Super, das hat mir viel gebracht auf T zu stehen Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Da ist einer Oh verreckt man Boah Ich gehe von links Ja Oh 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 Kannst du jetzt die Mitte stecken? Oh ne, die erste Runde ist saueres. Hilf mir. Hilf mir. Die haben alle Westen. Jawoll, perfekt. Hab überlebt. Mit der Schwertaufung sind die Banziger. Boah. Leute, wir müssen mal CR nehmen lassen von den Gegner. Just say it out loud, it's so crazy about mine. Hast du einen Muni? Ja. Nein, nein. Band. Spawns hinter mir. Warte. Nein. Abwein, Läger. Geh mal kurz mit der Helbi. Abwein, Läger. Ja. Abwein, Läger. Abwein, Läger. Abwein, Läger. Abwein, Läger. Bist du auf 25, oder? Nein, ich war auf 25. Der hat mich geholt. Ich hab eins, dass ich mal weggeschickt bin. Du wieder bei dir. Pass auf, da sind zwei, drei noch. Passt los, sei gut. Wo ist der andere, Läger? Ich weiß nicht. Geh weg von A, geh weg von A. Dann stirbt der Team mit. Ah, ich bin auch gestorben. Oder? Nein, ich sterbe jetzt. Ich hab mich mit nem Blindschlag selber geholt. Der eine kämpft oben, oder? Heavy. Shit. Alter. So am Arsch. Ich hab West, äh, Ding. Was hast du? Rektorkern. Ich hab kurz zurückgelaufen in der Gegend. Da hat doch noch, du Arsch. Leute, jetzt hier, nee, wir müssen gleich Eis einnehmen. Wegen Punkte. Sagen du, du ne Muni hast, Heavy? Äh, ich hab bald. Ich hab jetzt Muni. Digga. Ne, ne, ne. Der snipet im Spawn. Was? Nein, nein. Digga, ich wollte das nicht machen. Ich bin im Arsch. Ja, er hat Sense. Ich hab seine Mutter gefickt, Alter. Ja, ja, ich hab den auch eingeschossen. Geh Mitte, Heavy. Geh Mitte. Geh Mitte. Geh Mitte. Ne, ich bin auf 15, Alter. Geh Mitte und ehmen ab. Strike Team, geh Mitte. Strike Team kommt zu dir. Ich hab schon weggeschickt. Eigentlich. Ach, jack, jack, jack. Holy, fuck, jack. Ich hab fonak Ich sterbe, weil er hinter mir ist. Wir müssen einen. Zwei vor. Zähl. Ey, hau mir ganz schön vor. Hau mir jetzt hier, Digga. Hau ganz schön vor. Alter, was ist das für eine geile Runde überhaupt? Zwei vor, oder eins vor Dabbel, keine Ahnung, irgendwas davon. Hallo, komm mal zu mir, Digga. Jo. Oh, Blitzschlag einfach auf A hin. Bleib, bleib, bleib. Es kommt zu dir. Ey, ich hätte jetzt was krasses machen können, gell. Ich hätte jetzt die, du müsstest dir vorstellen, ich hätte jetzt Dabbelgaard, ich könnte jetzt auf Triple-Nuklear-Streak gehen, gell. Ja, und jetzt Dabbel, ja. Ja, hätte ich machen können. Das hätte ich wahrscheinlich schaffen können. Zeit wäre easy gewesen. Ich könnte es noch immer versuchen, auf eine Dabbelgaard. Ja. Kannst du auf C was hinschießen? Die haben... Ja, C. Ja, die schaffen es nicht. Die sind im Hause drinnen, Digga. Die sind im Hause drinnen. Ja, die schaffen das nicht da drüben. Geh mal rüber. Wenn in der Situation... Oh mein Gott, da ist halbchen Buktu. Wenn in dieser Situation nicht hinter mir gespawndet, ich hätte sowas krasses machen können. Du bist ja eigentlich, ich bin jetzt auf 15er wieder. Ich bin jetzt wieder auf Brutal, Digga. Oh mein Gott, es ist jetzt in alle gespawnt. Ich bin jetzt in alle gespawnd. Untertitelung. BR 2018 Have you ever seen a man this rich, this broke, this lost in the smoke, please pray for me I could never hide, my ghost come everywhere I go, tell heaven no way for me Say you're waiting at the gate for me, heart is this one, lil' P faithfully That's why these bitches got hate for me, cause they were busy chasing bitches, I was chasing dreams Tell me at the edge I fall, lookin' up at him like I never even knew him at all I remember walkin' around in the hall, and then the bell rang, and I took something and I couldn't recall Making you cry the way that I can't forgive myself for And if you want me to, I'll kill myself what I'm ready and out for You used to love me then, I know it's not the same And if you want me to, I'll kill myself what I'm ready and out for Now I am playing warm in my building